Hey Leute, schön, dass ihr zu unserer zweiten Episode von Wild Anywhere eingeschaltet habt. Heute haben wir nicht nur einen, sondern gleich zwei kurze Spots für euch. Zusammen geschnitten jeweils von einem von uns aus demselben Videomaterial. Wir fanden das Videomaterial echt beeindruckend und wollten beide damit kreativ sein. Daraufhin konnten wir uns dann aber auch nicht für nur ein Video entscheiden. Deshalb dachten wir, dass wir euch fragen, welches ihr besser findet und wieso. Wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback und auch gerne über Verbesserungsvorschläge für unsere nächste Episode. Lasst doch gerne einen Like da in dem YouTube-Algorithmus und viel Spaß! 2 3 4 4 5 5 6 5 5 6 7 8 13 8 1 1 2 1 1 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.